Was ist das für eine Katastrophe? Das musst du ein bisschen aufschneiden. Schon klein. Oh mein Gott, Alter. Ist das weh? Noch nicht. Du musst das schon richtig aufschneiden. Alter, das ganze Nadel geht rein. Spürst du das echt nicht? Das musst du aufschneiden, Mann. Wie willst du das aufschneiden? Aufschneiden einfach. Wirklich aufschneiden. Oh, das ist einfach keiner. Oh mein Gott, doch. Gib ihm. Gib ihm. Fest. Sehr gut, du bist weh. Du tust mir gerade leid. Nein, nein. Zeig dir, Mama, wo es lang geht. Oh mein Gott. Es kommt langsamer. Aber sicher. Ich habe Angst, dass es spritzt. Von der Seite sieht man das schön, du. Oh mein Gott. Was ist denn das, Alter? Ist ja ein Wormer, Alter. Oh mein Gott. Was ist denn das, Alter? Oh mein Gott. Alter, wie spritzt denn das denn? Oh mein Gott. Legendär. Mach weiter, komm. Auf, obach. 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 Oh mein Gott. Ey, man bist es weg. Der ist weg. Wer ist weg? Nein. Scheiße. Ja, mach nur noch ein bisschen Luft. Oh mein. Boah. Wie diekelhaft, Alter. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin der Ohr. Oh mein Gott. Das ist warm. Sogar. Schau mal. Alter, wie viel kommt er noch. Oh mein Gott. Guck mal, wie er wird. Alter, wo? Ich schon wieder. Auf meine Hose. Was? Alter, die ganze Zeit. Ja, ganze Hose voll. Oh. Jetzt ist es Ende. Was für Ende. Hey, Alter. Oh, mein Gott, das war ein Staub. Wo ist jetzt das Tochter? Oh, mein Gott. Du wirst mich verarschen. Wieso kommt der Eis jetzt gar nicht auf? Das hört echt nicht auf. Aber wieso? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein. Zehn Minuten. Echt? Zehn Minuten. Zehn Minuten. Oh, mein Gott. Okay, es ist fertig. Was ist fertig? Kommt du noch was raus? Was? Nein. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich bin. 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 Ich bin.